Das war knapp. Schlaf schön. Im Gebüsch hat man immer viel Spaß. Wow, sogar 10 Pfund hat er in der Hose gehabt. Super. Okay, Jungs. Jetzt könnt ihr freikommen. Jetzt bleibt noch die Frage, wie kommen wir jetzt da hin? Okay, die normalen Wachen machen nichts. Ich würde mal sagen, solange wir nicht zu nahe rangehen. Aber schön zu wissen. Aber ich denke mal, klettern wird nicht gehen. Da werden die sofort misstrauisch. Ah, da ist bestimmt der Grund. Der einzige, der dann hier misstrauisch werden würde. Geht, dass die anderen einen nicht verpfeifen. Und jetzt... Hallöchen! Ähm, ich wollte schon sagen, seit wann... Oh. Oh, oh, oh. Beinahe entdeckt worden hier. Ich muss aufpassen. Ach, da ist er. Bestimmt kommt dann hierher und dann kann ich ihn einfach erledigen. Ja. Komm. Komm. Ja. Der gehört mir! Oh. Mist. Das Kompaddle. Mist. Ich hätte sie vorher erledigen sollen. Oh, nicht schon wieder alles. Ach, gleich. Menno. Das ist gemein. Aber wenigstens wissen wir jetzt schon mal, wie wir die anderen L befreien können. Ja, super. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Jungs es schaffen, sich mit das Volk zu mischen. Komm her. Oh, nein. Komm her. Komm her und leide! Ach. Drecksack. Nur weil man versucht, die optionalen Missionen noch zu schaffen. Ach, Mann. Gebt das Signal, wenn ihr bereit seid. General finden und töten. Tja, der General wird wahrscheinlich... Hier irgendwo im schönsten Nest sein, sozusagen. Ah, das ist er. Erstmal schön brav beobachten. Wo ist er? Wo läuft er lang? Jört, jört. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Jetzt... Jetzt geht er wieder da lang. Ah, nee, jetzt. Da kommt gleich die ganze Maschine. Die ganzen Truppen hier an. Ich glaube, ich spinne. Das gibt's doch echt nicht. Seit wann ist man so gefragt hier? Ja, da pfeift man ein bisschen ein Liedchen und schon kommt die ganze Truppe hier an. Wow. Schau doch nicht so. Gut, dann warte ich hier halt. Ah, der untersucht doch das. Na super. Ja. Ich hab jetzt nur die Frage, wird der Alarm schlagen, weil ich ihn hier fertig mache. Ja, anscheinend nicht. Ist ihnen scheißegal, ob ihr Generalgarten gebracht wurde. Wirklich sehr nett und freundlich. Kann man wirklich nicht anders sagen. Bitte nicht so laggen, bitte. Okay, also pfeifen ist ja eindeutig eine saublöde Idee. Da kommen immer gleich alle an. Aber immerhin ist der General jetzt schon mal weg. Wen haben wir denn hier? Wovon redet ihr denn? Die Gefangenen. Wer sind Sie? Gefangenen. Ich sag's. Haltung annehmen. Hier ist doch rausgeleitet. Die Karte, die wir gefangen haben. Okay, wo ist der Penner? Ach, da kommt er schon. Ach, nicht so viel laggen. Na komm. Natürlich war die versteckte Klinge wieder mal nicht. Ach, Mann. Hier. Über diese Ahnen sind hier. Komm mit. Wir bringen diesmal ins Wohen Dickicht. Damit man dich nicht erkennt. Das ist aber gleich jemand misstrauisch hier. Hallo? Ich hab denen doch keine Freizeit gegeben. Also was wollen die? Na, da ist er. Ich wette, wenn ich pfeife, kommt sofort die Kompanie da hinten an. Ach. Wow, wow, wow. Keine Sorge, keine Sorge. Ich bin auf meinem Posten. Nee, Gefangenen werden noch nicht befreit. Erstmal warten wir hier, bis er zurückkommt. Und diese Uniform. Sicher kein anderes Hunger gemacht. So dünner Kälte. Und wenn es sich... Nein! Nein, das gibt's doch nicht. Drecksack. Hab ich schon gesagt, dass ich solche Missionen hasse. Gebt das Signal, wenn ihr bereit seid. Und natürlich, alles wieder von vorne. Weil's doch so toll, wunderbar und wunderschön ist. Ja. Zuerst der blöde General wieder. Diesmal... Werde ich die versteckte Klingfinger ausrüsten. So. Los, komm her. Wir räumen dich auch noch gleich aus. Oh, du die 8 Pfund in deiner Hose kann ich nicht geben. Ich verstehe. Ja, jetzt leckt es natürlich auch wieder. Okay, versuchen wir es doch jetzt mal anders. Mal gucken. Wo ist der älende Drecksack, der uns da und verpetzt hier. Ich muss schon sagen, das Wetter in Bosn ist angenehmer als der Acht. Warte auf den Winter. Vielleicht denkst du dann anders. Oder den Sommer. Und die Spiele... Und die Unikon. Sicher für ein anderes... Ah, da ist er. Gut, verstecken wir uns hier. Dann kommt er hierher und dann machen wir ihn leise kalt. Ja, komm, komm. Komm zu Papi. Dann halt so. Also wirklich... Dann macht er auf einmal einen Riesenbogen drum, also. Ich hasse diese Typen. So, dafür kommt ihr jetzt als erstes frei. Wow. Schon wieder so ein misstrauischer Fatzke. Ja, verhöhnt nur die Soldaten. Äh, ich meine die Gefangenen, meine ich. Die Soldaten, jetzt fahre ich auch schon so an. Wow. Nein, nein, nein. Weg hier. Oh, oh. Nein. Nicht untersuchen, bitte. Nicht untersuchen. Verschwindet einfach, ja. Verschwindet. Es ist niemand da drin. Oh, oh. Der guckt schon so. Puh. Ich hab fast ein Herzkrass reingekriegt. Mensch, Mensch. Mensch. Puh. Ihr seid die Mühe eigentlich gar nicht wert, Jungs. Puh. Okay. Na, na. Wir werden ja gleich misstrauisch sein hier. Oh, Leute. Oh, Leute. Verzeiht die Verspätung. Katter hat mich lange schocken lassen. Kind, Katter? Hä? Wer hat mir wohl diesen Posten verschafft? Ach, scheiß auf die optionalen Missionserfolge. Ich bin einfach nur froh, wenn ich die Mission hinter mir habe. Alles tun. Die Gefangenen aufmischen. Sie von allem Klumpfer befreien. Das heißt, einige hätten leichtes Silber dabei. Und mich nicht schuld, für das Einziger verleiben. Und mich auf den Weg kicken. Nein. Gut, von hier aus kann mich keiner sehen. Also, sieht das schon mal gut aus. Pfeifen werde ich trotzdem nicht. Komm, komm. Komm zu deinem lieben Onkel. Vielen Dank. Hä? Nein. Wer hat mich denn da entdeckt? Nein. Ist plötzlich jetzt irgend so ein unsichtbarer Geistertyp aufgetaucht, oder was? Gebt das Signal, wenn ihr bereit seid. Leute, ich mach das offscreen. Also, bis gleich.